Wie verwalten Sie Ihre Finanzen von zu Hause aus? Sie müssen etwas bei der Bank erledigen, aber der Weg in die Filiale ist wie ein Hindernislauf? Rote Ampeln, Stau, kein Parkplatz, Schlange am Schalter und währenddessen dreht sich der Uhrzeiger unentwegt weiter. Stimmt's? Stellen Sie sich vor, Sie könnten Ihre Bankgeschäfte von Ihrem Computer aus erledigen, sich den Weg sparen und diese Zeit Ihrer Familie oder Ihrer Lieblingsbeschäftigung widmen? Mit dem Online-Banking ist das möglich, weil Sie rund um die Uhr Zugang zu Ihrem Konto haben. Man nicht warten muss, da man unabhängig von den Öffnungszeiten der Filiale ist, es ganz sicher ist. Ist das nicht eine gute Idee? Obwohl Sie vielleicht der Annahme sind, dass Sie das Online-Banking nur für ganz bestimmte Bankgeschäfte nutzen können, sind folgende Dienstleistungen möglich. Überweisungen und Umbuchungen, Kartenaktivierung, Kartenverwaltung, Anweisung von Lastschriften, Darlehenstilgung, Zahlung von Steuern. Eine Vielfalt an Möglichkeiten mit nur einem Mausklick. Haben wir Sie noch nicht überzeugt? Vielleicht trauen Sie der Sicherheit des Online-Bankings nicht, doch sollten Sie keinen Grund zur Sorge haben. Die Bankinstitute wachen über die Sicherheit Ihrer Nutzer und stellen Ihnen darüber hinaus einen Online-Support oder eine telefonische Hotline zur Verfügung, um Fragen zu beantworten. Die Welt ändert sich. Immer mehr Nutzer nutzen das Online-Banking, weil es bequem, schnell und sicher ist. Beginnen Sie schon jetzt, die Vorteile der Finanzverwaltung von Ihrem PC aus zu genießen. Beginnen Sie schon jetzt, die Zukunft der Finanzverwaltung von Ihrem PC aus zu genießen.